Moin moin und hallo! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge 30 Minuten mit, wo ich euch Spiele aus meiner Bibliothek vorstelle, wie man sie in den ersten 30 Minuten erlebt. Heute möchte ich euch vorstellen Clustertruck auf der Xbox One X. Also, wenn ihr Bock drauf habt, auch ein bisschen Speedrandale, dann bleibt dran und bis gleich! So, da sind wir auch schon! Und starten die 30 Minuten jetzt! Clustertruck! Mal gucken, wie ich da abkacke! Ich kacke ab bei Clustertruck! Das hört sich doch gut an! So, spielen wir mal die Kampagne! World 1! Das ist ein ganz...desert! Na, komm! El Tumuru! Ja, ist immer schön! Ah, verkackt! Da war ich zu...zu gierig! Ah! Ja! Jawoll! Level 1 geschafft! Juhu! Puh! Nächster Level! Boah, da ist schon Chaos! Da ist schon Chaos! Da ist schon Chaos! Und, und! Jawoll! Ich hab's geschafft! Level 2! Style Point! Okay! Woah! Geschafft! Level 3! Huh! Nächster Level! Okay! Ah! Darüber! Was? Level complete! Okay! Huh! Nehmen wir's mal hin! Dann versuchen wir mal dieses Level hier zu meistern! Mit nem kleinen Rumpboden! Nein! Das ist aber übel! Oh! Gerettet! Nein! Daneben! Haha! Oh! Shit! Wenn du einmal aus dem Floh raus bist, ist das ist gar nicht so einfach! Da haben wir! Dann jumpen wir weiter! Nein! Kurz vorm Ziel! Oh! Wie schlecht! Komm! Konzentration! Konzentration! Das Level schaffen wir auch! Und! So! Und dann geht's hier weiter im Text! Und geschafft! Oh! 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 So kurz vorm Ziel! Naja! Weiter! Level 1,6! Oh! Terror! Und und! Oh! Uh! Gerade noch geschafft! Next Level! Level 1,7! Uh! Und! Darüber! 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 Oh! Nein! Nein! Oh! Oh! Und! Darüber! Nein! Oh! Mist! Das ist gar nicht so einfach! Aber ich versuch's weiterhin! Da bleib ich am Ball! Nein! A small mistake! Und ja! Oh! Fucked up! Okay! Dann mal weiter! Oh! 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 Ich glaube, da an den Seiten geht es auch. Aber wir wollen erst mal nur gucken, dass wir überhaupt mal an Ziele ankommen. Ich kann auch vom Berg auf springen. Da steht dabei auch Tabo. Und... Jawoll! Geschafft! Was ein Akt. Level 1.8. Okay. Mist, den hätte ich da kriegen müssen. Ich habe versucht, die Seite zu nehmen, aber das hat nicht geklappt! Shit. Und nein! Aber weiter! Aber weiter! Ich wollte gerade sagen, ich muss ein bisschen warten. Aber das Chaos nimmt ja seinen Lauf. Da kann man nicht viel warten. So. Oh nein! Ich dachte, ich krieg den am Arsch. Nein! Nein! Oh! Oh! Warum musste der so seitlich weg? Und... Nochmal den Arsch! Und... Den! Und den! Nein! Mist! Weiter im Text! Nicht aufgeben! Nicht aufgeben! Nicht aufgeben! Nein! Zu früh! Zu früh! Der passt! Der passt! Der passt! Der passt! Der passt! Der... Ah! Siehst du doch nicht am Berg! Nein! Aber ich konnte doch vorhin von dem Abspringen! Du eigentlich! Nein! Ich hätte nur noch... die Seite erwischen müssen! Aber egal! Einmal am Arsch! Nochmal! Nein! Hättest du nicht ein Stück! Er war mir sein können! Na! War ja klar, dass da keiner kommt! So! So! Und bei ihm auch! Nein! Das war so knapp! Vielleicht bin ich zu schnell! Nein! Fuck die Wand an! Und zu ihm! Und zu ihm! Nein! Nein! Am Arsch! Am Arsch! Überfahren! Okay! Gehen wir mal kurz Zeit! So! Jetzt... ...jumpen wir da rüber! Das ist... ...schäbig! Oh nein! Oh nein! Und da rüber! Und da rüber! Nein! Unglaublich! 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 Nein! Jetzt lass ich sie kommen! So! So! Chaos! Mann! Ich komm den Arsch nicht kriegen! Also weiter! Und rüber! Und am Arsch! Und bei ihm! Und bei ihm! Nicht! So! Next try! Ich hab gedacht, das klappt auf den letzten Millimeter! So! Rüber! 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 Nein! Da hat er nicht genug Speed gehabt! Ich muss ein bisschen warten, glaube ich! Da komm ich nicht drum rum! Ach! Ach! Das Level treibt mich zur Wahnsinn gerade! Zum Wahnsinn! Und hinüber! So! Dann rüber! Und... Shit! Mann! Du musst im Flow bleiben! Warum bin ich da nicht drauf geblieben! Warum bin ich da nicht drauf geblieben? Oh! Nur noch den an der Seite! Und dann! Ah! Ekelig! 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 Ich muss den am Arsch treten! Und... Und... Bei dem Beispiel! Cool! Da ist natürlich wieder keiner... Mist! Wie krieg ich die Scheiße da vorbei? Einmal ankommen! Einmal ankommen! Einmal ankommen! Einmal ankommen! Komme! Pah! Egal, weiter. Ich krieg den Flamm. Fertig! Fuck, man. Das ist gar nicht so einfach. Eigentlich schon, aber ich stelle mich gerade dumm an. Aber egal. Nobody's perfect but me, oder wie war das? Da explodiert der Ficker einfach so am Felser. Wir lassen uns mal drauf ankommen. So, wir lassen das Chaos hier generieren. Ich muss doch irgendwie da ankommen. Da wär mein Ziel gewesen, da wär's gewesen. Aber es war mir nicht begonnen. Da krieg ich den Arsch nicht, ey. Das ist doch so zu heulen. Ich muss gehen da ran. Und dann bei dem. Und dann bei dem. Da war mein Puls. Da waren meine Ziele, da waren meine Ziele. Aber ich versuch's auch so zu kriegen. Aber schaff's nicht. Aber egal. Du musst diesen Flow behalten. Nein. Oh. Jetzt. Ich muss hier auch an eine Seite, da klappt das auf, aber es ist gar nicht so einfach. Aber wir versuchen es weiter. Wieso habe ich nicht A gedrückt, ey? So, und dann... Nein, wieso ist er nicht... Oh... So, und jetzt bei dem Amarsch! Ich hab's geschafft! Wuuuuuuuuuuuuuu! Fuck Level, ey, aber egal. Level 1, 9. Oh, ich hab's geschafft! Oh, ich hab's geschafft! Das war klar, dass ich gegen den ersten mal gegenballer... Ich hab's geschafft! Ich glaube ich bin mitten auf die Zielinie draufgesprungen! okay unlock für 15.000 air dash double jump double jump, time slow, portable truck, is that minus 273 grad, freeze all trucks, a grappling hook, quick air dash, closing for short gaps wollen wir einen double jump haben oder einen dash, wir versuchen mal den double jump okay play, campaign weiter und world 2 haben wir die schaffe wow, haha, f*** die wand an, was geht denn hier ab okay, da konnte ich jetzt, da war die lücke viel zu groß mal habe ich, die habe ich verpasst, total recuperation ja, trzeba ich hätte bis hier war nochmal mal was ich hätte das da Aber ich glaube, ich hätte den Airdash nehmen sollen. Was war das denn, ey? Ich hätte es aber schaffen können. Nur zu dumm angestellt. Da kommt dann die Panik, wo man nicht weiter weiß sein. Wo soll ich da lang? Okay, das war klar. Da hat der Double Jump auch nicht geholfen. Da hab ich voll gegen den Berg geballert. Da den Arsch kriegen ist gar nicht so einfach. Mist. Was mit den Kurven ist gar nicht so einfach. Ui, was war das? War das ein Bug oder konnte man mit Absicht da eine Wand langsleiden? Das war mal ein weiterer Sprung. So, jetzt beobachten. Hahaha. Ich wollte gerade sagen, wir beobachten jetzt mal, wo es lang geht. gut. Wow. Wiener der Baum, ey. Der Querbaum. Der Querbaum. Das wollte er nicht so jamsen wie ich es wollte. Warum passt du das nicht? Ja, Baby! Im Höhenflug! Nächstes Level! 2-2! Scheibenkleister! Fast geschafft! Nein, ich hätte nur noch Treppen müssen. Wieso hatte ich meinen Doppeljump nicht mehr? Der Baum. Der fucking Baum! Ja, ich habe versucht mit dem Doppeljump da rüber zu kommen. So, den E-K-Tage! Okay. Da war ich... Free! Okay, shit! So, dann schnapp nur! Wieder verpasst! Mist, ich komme nicht mehr auf die Trucks raus! Verpasst den Abstand! Ich muss da irgendwie schräg rüber und brauche mich das Beste! Mist! Aber... Und das mit dem Steck drüber war gar keine schlechte Idee! Wenn man zielen kann! Na natürlich! Das ist die Hauptsache! So... Runtergerutscht! Shit! So... Aber... Wir schauen mal... Ob wir das so... Schaffeeeen! Nee! Das war... Zu... Lame! Ohaah! Geil! Geil! Puh! Erstmal den Puls runterkriegen! So! Jetzt! Level 2,3! Was erwartet uns hier? Wahrscheinlich das... Umwel... Chaos! Ah! Wir hätten es schaffen können! Ich muss ein bisschen Arschjump verrissen! Ah! Fuck! Fast! Geil! Mit dem Double Jump! Wow! Level 2,4! Nein! Fast geschafft! Nein! Das Brett! Ja... Was collapsing specialize! Gott! Jetzt! Ohohohoho! Ohohohohohoh! Ohohohohoho... Who guckt ihr das an ya? Nur weil ich den bisher nicht sehen konnte. Shit! Wow! Wow! Geschafft! Style Points! Da gibt es 2.5. Es geht weiter. Es geht weiter, Leute. Bleibt dran. Nicht verzagen. Weiter. Aber, wie? Ich muss gucken, dass ich näher am Arsch komme. Da hilft der Double John nix. Wie kann ich denn so weit fliegen? Gar nicht. Jetzt warten wir das Eck, ob ich durchkomme. Dann lassen wir das Chaos da nicht passieren. Und das ist auch perfekt, denn die 30 Minuten sind leider vorbei. Die 30 Minuten sind leider vorbei. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick über das Spiel bekommen und habt selber ein bisschen Bock drauf gekriegt. Es ist schon sehr nervenzerreißend, aber es macht auch irgendwie Bock und gibt einem ein positives Gefühl, wenn man ein Level geschafft hat. Also. Verpasst auch meine anderen Videos nicht. 30 Minuten mit. Dort stelle ich viele Spiele vor. Ansonsten schaut wieder rein. Lasst ein Abo da und ein Like. Vielleicht auch ein Kommentar. Das wäre ganz nice. Ansonsten bis bald. Bye bye. Ciao. 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 Musik Musik